Das ganze Geräuschen stammt von der kleinen Eiszeit. Die kleine Eiszeit hat bis hierher die Sieben geschoben, sprich der Gletscher. Da ist die Gletscherzone gewesen. Ich weiß nicht, dass die Gletscherzone von der Gletscherzone ist. Ich weiß nicht, dass die Gletscherzone von der Gletscherzone ist. Hier liegt ca. 2500 Meter hoch. Ca. kann ein paar Meter weniger sein.